So, liebe Leute, weiter geht's heute mit Assassin's Creed Syndicate und wir machen wieder weiter und wollen, ja, die Temse weiter oberen. Das, die Aufgabe haben wir erledigt, die Temse, Templar ja abgeschlossen. So, und dann gucken wir mal, was wir als nächstes an Bord haben. Wie gesagt, die Temse, das dauert alles ein bisschen, seht ihr hier gerade, wie die Gebiete aussehen. Was haben wir denn hier unten? Oh, Kopfgeldjagd, George Skuivant, das ist wahrscheinlich das nächste, was wir dann an uns ansteht jetzt. Okay, dann machen wir das noch als nächstes. Da. Ich gehe davon, dass das die Kopfgeldjagd, das sein wird, das letzte Gebiet zu. Aber ober, wir haben einen Fähigkeitspunkt gehalten. Halt, wieso bin ich richtig auf der Taste gewesen? Äh, Fähigkeiten. Ach, nur eine, wer? Wir hatten schon zwei. Leider nicht. Wir müssen also noch einen Moment warten, bis wir da nochmal lernen können. Wie gesagt, ich erzähle es halt, wie gesagt, ich kann sie jetzt aber warten. Das sind vier Teile, es werden vier Folgen werden. Seht es mir bitte nach, dass wir heute mal ein bisschen, ja, so in den Aufgaben haben. Beziehungsweise wahrscheinlich auch die nächsten Folgen, weiß es halt auch nicht, wie ich da Bock drauf habe und mich da lustig bin. Aber es gehört halt irgendwo auch dazu, zuerst das ist das Bieter. Weil wir müssen level. Das ist halt quasi das, was als nächstes jetzt ansteht. So, während ich ja so ein bisschen nicht die Temse paddel. Ist das die London Bridge? Das ist doch der London Bridge, das ist ja hier um die Linke. Also, die Vollzeit. Vermutlich, ich weiß es halt nicht, aber ich gehe davon aus. Ich fahre bisher aber noch nicht in London, sondern so nebenbei. Aber es gehört tatsächlich mal irgendwie so zu einem meiner Reisenziele. Natürlich einer meiner Reisenziele. Also, ich glaube, das Territorium wird da betreten. Okay, klar. Deswegen bleibe ich hier mal ein bisschen gerade unterhalb. So, Ziel. Lebend. Klingt. Was auf Lebendrückkling? Wer ist da oben? Ich muss tatsächlich doch oben rum. Schade, ich hatte ein bisschen gehofft, dass ich es eben nicht machen muss. Dass ich ein bisschen unten durchgehen kann. Also, ich bin ein bisschen perfekt bearbeiten kann. Aber, äh, er ist auch okay. Was will der denn hier? Hö, nicht? Ich war nicht fertig. Ja, das ist natürlich, wenn du alle deine Kollegen jetzt alarmiert, ist hier. Das ist natürlich super. Ah, okay. Ja, das wird ein letzter sein. Du kannst nicht, dein Kommen. Jetzt muss ich die Polizei. Ja, schön, dass ich die... Ich habe gerade nichts zu tun mit... Kein Bock jetzt auf euch. Du kannst nicht, dein Kommen. Hilfse. Dieser komische... Lassen Sie mich los. Diesmal nicht. Ja, natürlich. Das lustige ist, dass ich jetzt auch sicher... ...bisschen verstecken muss. Diesmal nicht. Hilfe. Dieser komische Mann verfolgt mich. So. Diesmal nicht. Hilfe. Dieser komische Mann verfolgt mich. Wie ist die Update? Oh. Diesmal nicht. So. Und damit verstecken wir das ganze Ding mal. Dann wollen wir mal für Ärger sorgen. So ist's recht. So, haben wir ihn dann. Auf geht's. Achso, das ist der. Wir sind da jetzt hin. Scheiße, wo ist der Typ jetzt hin? Ah, hier. Nein. Achso. Das ist was wehs. So. 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 so habe ich jetzt so wie ich muss meine kutsche überhaupt hin jetzt ist das sie super dass ich jetzt nicht weiß wo meine kutsche ist es ist sie hier das ist nicht die schlusser wo soll jetzt meine kutsche jetzt hin geschäft geschäft das sind alles leute von uns geil meine kutsche ist weg ich hätte gern das gebiet heute freigemacht da müssen wir das jetzt noch mal geben wir doch scheiße ich hatte den typen schon in der kutsche und dann na gut jetzt passiert hier haben wir mit den kollegen hier das ist nicht mein ich wollte aber du kommst nicht mehr runter hier ich dich und ich es ist du und und das Ganz egal, dass ich den jetzt so tisch... Aber ab da! So. Den tragen wir mal weg. Die Frage ist, wohin? Scheiße, voller! Das ist so... Nicht wahr, ne? Da hauen die mich doch schön nochmal unter über die Dings... Ach, leck mich doch mal! Ach man, es hat doch so gut funktioniert! Ich war doch schon weg mit dem Ding und dann rennt mir einer hinterher! Ach, also nochmal! So, einen Schluck Wasser trinken, nehmen wir mal wieder! Ich brauche das ja gerade! Ich brauche das ja gerade! So, jetzt hol ich mir den Typen da noch! Ach, der haut wieder kurz ab! Ich brauche den Typen! Ich brauche den Typen! Ich brauche den Typen! Und dann... weiter Mädchen! Jetzt weg, ne? Ach, herzhaft ey! Das geht mir gerade... Also... Ach, was ist das für eine Mission ey? Die ist eigentlich so... Klingt eigentlich so simpel und dann ist die so beschissen gerade! Ach... Okay... Also, Mädchen... Einfach mal wieder zurück! Heute ist ein Glückstag! Sachte! So, dann machen wir es halt nochmal! Das wieder smoked! So... Dann kommen wir Yepen! Dann komme ich Okay... hier... certificat? So, dann holen wir mal kurz Wein. Ja, befeuert sich noch viel. Ja, zu bein. Hier ist der Anführer von dem. Da hat er unten mehr. Das ist der Anführer von dem. 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 Wenn dein Kumpel nicht da gekommen ist, hätte ich dich alleine zerlegt. Das ist eigentlich eine Mission. Eigentlich war das geplant, das Kopfgeldjagd zu machen. Das ist der Anführer von dem. So. Ja, dann nehme ich halt dich jetzt noch mit. Das Spiel habe ich halt gemacht. Ja, das ist teilweise die andere Mission noch. Das ist der Anführer von dem. Da hat sich jemand an dir. oder was anderes, aber passiert halt manchmal. Wir sehen uns in den nächsten Folgen und dann versuchen wir nochmal dieses Kopfkack-Jag hier.